Der Niedergang und das anschließende Wiederaufleben der sumerischen Zivilisation, insbesondere während der dritten Dynastie von Ur, sind faszinierende Kapitel in der Geschichte des alten Mesopotamiens. Dieses Wechselspiel von Untergang und Erneuerung ist eng verknüpft mit dem Aufstieg und Fall des Arkadischen Reiches, dem ersten bekannten Imperium der Geschichte, das die Region zuvor dominierte. Das Arkadische Reich, gegründet von Sargon dem Großen im 24. Jahrhundert vor Christus, vereinte die sumerischen Stadtstaaten unter einer zentralen Herrschaft und führte zu einer Blütezeit der mesopotamischen Kultur und Wirtschaft. Doch nach etwa zwei Jahrhunderten der Dominanz begann das Arkadische Reich unter dem Gewicht interner Konflikte, wirtschaftlicher Probleme und der Invasion der Gutehr, einem Bergvolk aus dem Nordosten, zu zerfallen. Diese Periode der Instabilität und des Konflikts führte zum Niedergang der arkadischen Herrschaft und hinterließ ein Machtvakuum in der Region. Nach dem Fall des Arkadischen Reiches erlebte Sumer eine Zeit der politischen Fragmentierung und des Chaos, in der die Stadtstaaten um die Vorherrschaft kämpften und externe Invasoren die Schwäche der Region ausnutzten. Es war eine Zeit des Niedergangs, in der Bildung, Handel und die Künste litten. Doch aus dieser Asche der arkadischen Dominanz sollte Sumer erneut auferstehen, angeführt von der dritten Dynastie von Ur. Die Wiederbelebung Sumers unter der dritten Dynastie von Ur begann mit der Herrschaft von Ur-Nammu um 2112 v. Chr. Ur-Nammu und seine Nachfolger konnten die verschiedenen sumerischen Stadtstaaten wieder unter einer zentralen Herrschaft vereinen und externe Bedrohungen abwehren. Diese Einigung war entscheidend für den Wiederaufstieg Sumers, da sie es den Sumerern ermöglichte, sich auf den Wiederaufbau ihrer Gesellschaft, die Wiederbelebung des Handels und die Förderung der Künste und Wissenschaften zu konzentrieren. Die dritte Dynastie von Ur zeichnete sich durch signifikante Innovationen und Errungenschaften aus, die zur kulturellen und wirtschaftlichen Blütezeit beitrugen. Die Einführung eines effizienten Verwaltungssystems, die Standardisierung von Maßen und Gewichten und die Entwicklung eines ausgeklügelten Steuersystems waren entscheidende Faktoren, die den wirtschaftlichen Aufschwung ermöglichten. Darüber hinaus führte die dritte Dynastie von Ur bedeutende architektonische Projekte durch, einschließlich des Baus von Zikuraten und förderte die literarische und künstlerische Produktion, was zu einem kulturellen Renaissance führte. Trotz dieser Errungenschaften war der Niedergang der dritten Dynastie von Ur unausweichlich. Interne Machtkämpfe, eine zunehmend belastende Bürokratie und die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen schwächten das Reich. Hinzu kamen externe Bedrohungen durch die Amoriter und Elamiter, die schließlich das Ende der Dynastie besiegelten. Doch die Errungenschaften der dritten Dynastie von Ur und ihr Einfluss auf die nachfolgenden mesopotamischen Kulturen bleiben, ein bleibendes Vermächtnis des sumerischen Wiederaufstiegs. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne unseren Kanal und freue dich über weitere faszinierenden Videos über alle wesentlichen Kulturen und Meilensteine der Menschheitsgeschichte. Wir haben bei der ersten Metropole gestartet und werden uns die nächsten Wochen und Monate bis zur Neuzeit Schritt für Schritt vorarbeiten. Sei gespannt! Und... 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 Und...